Bonjour, guter Tag, guter Nova, gutte Nacht, solübeinander, erheiß und wohnen. Wie geht's, was geht nicht, bis bald, bis morgen, Gesundheit, ein Güter, merci vielmals. Sie ist gern geschah, sie ist schon gut, ja, natürlich, nein, nicht so, ey, auch einmal, sowieso, wenn's bliebt. Hoppla, hoppla, Geiss, haben wir fertig? Langsam, ach, dumm, sie ist nicht schlimm, viel Glück, morgens gut, prima, was ist los? Ein kleiner Moment, schade, sie ist schön, sie ist schlacht, sie ist schlacht, heute ist es heiß, unlustig, kalt, es geht wahrscheinlich ins Rage, Sonne, Wind, Schnee. Welche Zeit ist's? Sie ist zwei, halb sechs, zehn ab elf, eine Stunde, eine halbe Stunde, eine Viertel Stunde. Wann haben wir Geburtstag? Im Januar, im Juli. Es ist wohl Weihnachten, Ostern, Vorsnacht. Ich komme morgen, am Mäntag, am Zischstück, die nächste Woche. Ich komme morgen wieder. Ich habe Hunger, ich habe Durst, was will ich essen? Ich habe gerne Fleisch, Fisch, Eier, ich habe lieber Gemüse, Bohnen, Hartäpfel, oder in der Wurst, Käse, Obst. Was will ich trinken? Wasser, Wein, Milch? Will ich ein Stück Brot, ein Honigfladen, ein Bredchen? Auch die Hunde ist heiß. Ich habe gut gegessen, muss ich den Tisch stecken, den Taler, das Besteck, den Löffel, die Gauwla, das Wasser, das Glas, Begehofen, Sürlaverla, Sürgrüt, Flamaküra. Wo habe ich weh? Zeige mir. Ich habe Kopfweh, Bauchweh, Kreuzweh, Zahnweh, Zeit, wenn? Ihr müsst ihr besuchen. Ich darf auch nicht aufstehen. Ich habe die Fieber gemessen. Wir haben keine Angst gehabt. Sitze, lege, lege, lege. Gibt es besser? Ich habe eine gute Aussage. Ich habe eine Stühle gemessen. Ist der Künstler hier? Was hat er verschrieben? Wir müssen in die Apotheke gehen. Ich habe eine Zähne genutzt. 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 Der Kuchenboden ist rutschig. Ich habe eine Zähne genutzt. 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 Haben Sie eine lange Zeit, wenn Sie die Telefonanlage sehen? Haben Sie keine Musik? Haben Sie die Zeit schon gelassen? Haben Sie einen Hund, eine Katze, eine Popagei? Wie alt ist das Händler? Was frisst er? Haben Sie einen Garten? Was für eine Vorbereitung am Liebsten? Galt, Grün, Rot, Bleu, Wiss, Schwarz? Ich kann zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwanzig, drissig, hundert, neunzig.